Also, dass ich richtig massiv verletzt war, war wirklich gar nicht so eine lange Geschichte. Das war wahrscheinlich nicht mal eine Verliebtheit. Es war eine sehr unerwartete Zurückweisung in einem Moment, in dem ich das nicht erwartet habe. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Stahl, aber herzlich. Mein Name ist Stefan Stahl und in diesem Podcast nehme ich euch mit in echte Therapiesitzungen. Emotionale Abhängigkeit ist für mich worst case scenario. Mit meinen über 30 Jahren Psychotherapieerfahrung gehe ich gemeinsam mit meinen Klienten ihren Problemen auf den Grund. Darunter sind Singles, Paare und auch einige prominente Gäste. In dem Moment, wo wir andere besser verstehen, lernen wir uns auch selbst besser kennen. Eine ganz wichtige Voraussetzung für ein gutes Lebensgefühl. Vielleicht bin ich da auch zu ich bezogen, aber ich bin mir selbst der wichtigste Mensch. Hört doch mal rein in meine Sitzung auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.